Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrace Town. Wieder mit dabei der Atta Boom. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Aesthetic. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Das Heilerchen. Guck, guck. Der eine, der nicht mitmacht. Guten Abend. Mathis zockt alias Nemesis. Ja, das bin ich. Dann ein Sascha-Lein. Guten Abend. Das muss nicht traurig sein. Stevie. Hi. Und Stormblade. Natürlich eine Shooter, super. Und ähm. Ja, ich geb die Runde mal frei. Danke. Ich hab jetzt auch nicht mal ne bessere Waffe als eine Shooter. Ich hab jetzt auch nicht mal ne bessere Waffe als eine Shooter. Bring den um. Nee, nee, nee. Es ist nur ne reine Vermutung. Ich hab keine Waffe. Ohne Beweise. Gary ist. Gary? Kill Gary. Ja, auch nur weil er Mord ist. Ja, hab gekauft. Sacha. Äh, Sascha. Sacha. 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 Also Sacha, also echt mal. Sacha. Sacha. Sacha, also. Sacha-Torte? Bin ich rum? Sacha war doch ne Torte, oder? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Sacha-Torte, ja. Sacha. Sacha. Gibt's hier irgendwo noch Faschen auf dieser Meld? Ja klar. Sacha spielt mit. Mach ich auch noch. Ah! Ich hab übrigens noch... Ach, da sehe ich jemanden. Oh Gott. Null. Der wurde hinterher geschossen. Oh. Das ist gut. Null. Hallo, Sacha. Äh, Sascha. Ich hab nicht. Ach, Sacha, du kriegst eh nicht. Ach, äh, lass mich doch mal hier langen. Boah, guck mal, hier seid ihr alle. Ich freu mich noch mal, Sascha, dass du mich händenkaffen willst, also Schnickschnack. Nicht mal Dete, du Vogel. Oh. Aber Schnickschnack zählt, oder? Ein bisschen. Fiction? Hey. Schnickschnack-Schnick-Schnack-Magazine-Tisch. Oh, hier ist der eine. Hey, Bleddick, ruhig bleiben. Der fast musste sterben. Das arme Fass, ich fass es nicht. Alter, du. Ah! Werder ist immer gestorben. Echt? Äh, Bleddick oder Aesthetic sind tot? Oben ist eine Menge Blut. Oh Gott, verdammt Bombe! Oh Gott. Nein! Dete ist draufgegangen. Hat er. Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Ich treff nicht! Ach, komm schon! Ich hab Bleddick getötet. Okay, was geht hier ab? Nein, 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 weg hier! Weg! 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 Heiler! Ich hab Grapply Hook vom Heiler mitgenommen. Äh, vom, 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 vom Greister hier, Dete. Erzie. Du blödes Fass, ey! Also ich bin safe. Ich hau ab. Ja, mach das. Ich komm hier leider raus. Also Grapply Hook auf Ceres, Maps ist, äh, einfach Bullshit. In der Tat. Ich hab ihn gut versteckt. Ich hab ihn gut versteckt. Warte mal, Dete war tot. Ja, Dete. Ja. Dete war tot. Nicht direkt vor mir. War gut. Was? Hast du wiederbelebt vielleicht? Ja, warte. Mach ich gleich. Ich hab hier nämlich tatsächlich in Defi liegen. Oh! Oh! Was auch? Ja, Heiler, ich hab mich ein bisschen erschrocken, dass du direkt neben mir standst. Tut mir leid. Ach, ich will den Leiter benutzen. Bin oben, will nach oben. Sehr gut. GG. Na ja. Erzie lebt wieder. Oh Mann ey. Heiler ist auch noch da. Echt? Ja. Im Ernst? Ne, ich will nicht so. Heiler wollten gerade knutschen, so dicht wie sie miteinander gelaufen sind. Warum lebe ich einfach Erzie wieder? Warum mach ich sowas? Weil du's krankst. Komm oli, komm ja, komm. Aber,cribed ... Enzi geht mir auf den Sack heute. Heiler, du, 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 du Art's ich mach dich. Du bist nett. Töte ihn doch einfach, denn man muss ja, ey, ich krieg ja Minusporte dann. Also vielleicht, wenn noch keine Tee ist. noch nicht bestätigt ist also rein theoretisch können sich heiler und mattes gegenseitig machen einfach um ein ist t ich bin ja dann wenn du und mattes dies kleiner wo ist der beweist dass du bist weil ich von der bahn haben wir auch schaden bekommen habe punkt 1 punkt 2 ist ich würde ja ich war ziemlich nah bei dir der das wiederbeleben nicht erlauben von einem data ich bin auch nah dran ich habe ihn sogar noch quasi analysiert das sage ich nur weil das wort anhaltung geschossen geschossen dass sie und es nennen sie es da vorne ist heiler und irgendwie macht keiner was wir heiler gerade aus die straße hoch und jetzt gesehen da muss gerade mussten gelaufen und dann ist ja dann der heiler ist safe dann ist es macht es ja alter das sah aber knapp aus könnt ihr mal aufhören mich direkt am anfang der runde unter beobachtung zu stellen du hast er hat gehabt es ist jedes mal so entweder sonic ja nicht storm oder rufen mich aus ich hab doch mattes ausgerufen ich war's ich kann da nichts mehr machen weil alle so vor der hoh bledig hoh bledig hoh bledig hoh bledig hoh bledig ist es schon wieder der ist so originell grausam grausam eine ordentliche waffe macht eine t-runde keinen spaß der t-runde ich wäre gerne mal t in der letzten aufnahme die wir gemacht haben ja ich auch die vier leute entgegen ist das leicherlichste überhaupt im augen ich habe noch 150 was auch ein grund zu folgen ja kannst du gerne machen ich bin eben folgt stevie ok ich bin ein verstanden ein ästhetik na du wie geht's ey guck hier heiler hat ne double barrel hat es jetzt richtig angst nur ästhetik gibts zu heiler hat auf jeden fall schlechtes karma von seinem geruch her deswegen muss er abstand halten mit seiner double barrel und keine pistole was von seinem geruch her was von seinem geruch her ja er hat mir mal wieder eine mit mitgegeben mit der krow oh mann danke ich bin vom mikro weggegangen bledig ich bin vom mikro weggegangen er ist wundet ja wurde eingeschossen von sasha ich hab dir ein nettes erzählen uah alter alter erschreckt mich doch nicht so ich hab mir links mit rechts und auch ins bild gesprungen so toll der hat erstmal 5 oder 6 Schuss gekriegt von mir erzi ist ziemlich weit unten da ist ein stevie der wird erzi verfolgt das ist irgendwie verdächtig ich lass mal hoch los ach so ja ich hasse diese leiter hast du dir versucht hochzukommen aha hier liegt ne leiche hast du ja versucht hochzubekommen hier liegt erzi wo liegt erzi wo liegt erzi hof mich hof mich leider war ichs nicht ja bledig merkt man dass ich dir nicht ah aesthetic aesthetic ok ist tot ich hab umgebracht hahaha was ist denn hier los was was ist das ich lauf hier lang unterliegen leichen jetzt krieg ich aber angst what the fuck ja stevie is on a killing spree langsam macht mir das ein bisschen hier sorgen stevie doch nicht der trifft doch nix na hau wieder mal mein auge so warum willst du dich nicht vielleicht mal heilen ich hab keine kohle mehr das ist nicht so gut nein das ist wenn man sich so ne billig kack feuerwaffe holt die hat eben aesthetic gezählt ich hatte 5 verpill ich hatte 5 verpill 5 verpill du könntest dich heilen ja ich hab schon volle moni ok ich wollte es nochmal sagen bitte ach so ich habe keinen platz man kann mit dem nighthawk auch leichen verbrennen wow das das heißt auch unter anderem terroristen die wiederbelebt werden könnten du erzi wiederverleben macht schmaß über die züge zu hüpfen Sascha ich höre es nicht über die züge aber auch egal da ist dann doppelgänger da steht er wieder das war nicht du das war nemesis sorry wow ich dachte wann habt ihr euch gewechselt egal so schlecht wie dein name jup da hielt sich jemand er ist steht der achso ich dachte du hast kein geld ja ich hab mal dachte der viel weg war konnte ich wieder kaufen wie bist du denn so schnell hier auch gekommen wow die treppe hier hier leiter oh geil neuer gang und dazwischen sprossen das nennt man leiter oh gott jo mitgeschossen Leute teilt euch mal ein bisschen auf wir haben nur noch einen Traitor und vier leute auf dem Traitor einer nur noch oh stimmt ne ich hab ästhetik getötet oh wir müssen jetzt gleiche wohl beschützen da kann ich ja nichts für da war der leuchte von der statik die sind am Ende der Merse ich hoffe es auch mal so einer ist da hinten von uns da la 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 da la 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 mein Handy geht mir jetzt schon wieder umszenke hörpfour humans die gleiche von ästhetik liegt hier noch ja gut irgendwo wurde geschossen ja Nat fantasy schießt mir hinterher aber trifft ned ja natürlich treffi nicht weil ich da einen determin seventy take Tettik brennt. Du brauchst dann auch noch einmal drauf schießen mit der Tappe. Es macht doch einfach Spaß. Für einen von euch beiden habe ich jetzt gerade Spaß verdorben. Warum einen von uns beiden? Reine Vermutung. Warte, Erzi wurde wiederbelebt, ja? Ja. Ja. Okay. Von mir, nicht von dem Tracer. Okay. Divi lebt noch, ja? Ja, natürlich lebe ich noch. Da kommt er gerade angerannt. Natürlich! Hast du jetzt Angst, Bladdik? Nee, vor dir immer. War noch grad wer? Wer ist denn da? Halloween ist ein Scheiß dagegen. Hast du einfach gerade gekauft, dass du meinen Namen erst so spät siehst? Nee, das ging so schnell vorbei. Wie soll ich das denn sehen? Du, Erzi war wiederbelebt, ne? Du darfst einen pro Runde wiederbeleben. Ist Sascha auf irgendeine Weise safe? Null. Nö. Gut, dann kann sich keiner duellieren. Das ist ja doof. Nö, ich behalten. Du darfst keinen mehr wiederbeleben, Storn. Stevie ist es! Verdammte Scheiße! Wir haben mich da nicht getroffen, Mann! Der Side-Step ist hier natürlich! Sicherlich! Killt er mich schneller. Oh no! Ist das scheitbar? Ich hab 5 verfehlt. Aber das denkt er auch nur. Ne? Er hat 100, ich zieh ihn auf 95 runter und er freut sich, weil er mich getötet hat. Ich dachte, du hast noch mehr! Nein, ich war rot! Wow! Ach komm schon, ey, schon wieder. Aber das ist doch wohl der Glücksschuss, so zwischen drei Eno. Du kommst wieder Traitor! Total hier rauscampen. Mir kamen die ganze Zeit Leute entgegen. Wenn ich in der nächsten Grunde auch wieder Eno werde. Immer wenn ich dann irgendjemand einzeln hatte, statt da jemand zweites. Deswegen konnte ich nie sofort. Was macht das? Es ist schlimm heutzutage, ne? Jetzt heulen die schon rum, dass sie wieder Traitor werden. Naja, ne? Oh, schon wieder! Oh, schon wieder Traitor! Jetzt werden wir endlich mal wieder Eno werden, ey. Ja, wo zum Teufel sind die? Nehmen wir das. Ja, das ist aus der Map. Ja, das ist aus der Map. Ja, das ist aus der Map. Wo sind die Waffen? Danke. Ich hab sie alle rausgepatcht. Hinten ist eine Schrotflinte. Wir müssten uns jetzt mit Kompass schlagen. Weißt du das noch gar nicht, Sascha? Das ist aber doch keiner. Hups. Ja, okay, geh. Was hast du? Also ich bin Freekill. Bananenbombe irgendwo. Okay. Ich hör auch was. Wo ist er denn? Warte, wo bist du? In der Mitte ist keiner. Wir in der Mitte. Geil. So, sorry. Ja, nimm die. Mitte? Mitte meint ihr Zone A, oder? A Spot. Äh, ja. Mitte ist ja. Raspy, Raspy. Da noch der Storm. Da, ah! Der Mathis. Ah, hier liegt die Kupfer. Raspy, kur was du kapriert. Übrig. Kann ich nicht empfehlen auf Light anzukehren. Das sind zwar verschiedene Sprachen, aber egal, ey. Das ist vorletzte Runde nicht so gut gewesen gegen Blattdick. Ich trau dir nicht so ganz, Mathis. Was ist gegen Blattdick so gut? Mathis erfolgt nicht. Mathis erfolgt nicht. Ja, ja. Wenn ich tot bin, ist es Mathis. Das sag ich euch sofort. Der Net Widermann? Nein. Spider-Man. Ja, ja. Eben links war der Net Widermann und jetzt... Nein. Oh, Lord. What the fuck? Ich bin fast drin. Alter! Pathetic ist es nicht. Ist irgendeiner jetzt davon gestorben? Ich weiß es grad nicht. Ich glaub, ich hab nen Todesschrei gehört, aber... Ich kann... Ich will da noch nicht lang, weil hier läuft... Da liegt einer neben Stevie. Da liegt's neben dir. Hallo Sascha. Ja, hey. Da hab ich die Tarnung gestorben. Nee, lass mal bitte. Bleib da mal stehen. Was? Nein, es ist da noch gestorben. Mathis ist scheinbar an dem Friendship ihm gestorben. Ja. Ich hab getroffen, oder? Nö. Doch, hast du. Ey. Ich wollte, du bist so, ob du den Dendringer hast. Ja, wow. Lass doch den Arm Mathis in Ruhe, der hat dir nichts getan. Doch. Doch. Ey. Ah, Mann ey. Das ganze Spray geht wieder los. Das scheiß so hart. Ich bin nicht, ich hab 91 life. Also, ich hab 90. Ich weiß nicht, wo ich die 10 verloren habe. 93. Alter ist tot. Nein. Was ist das? Hörst du jetzt an ihm auf? Was ist das? Der Drecksleiter backt wieder. Ah. Ja, die Leitern, die sind echt super. Hm. Oh nein. Wir haben gerade Granaten geschmissen. Wow. Kannst du Mathis nicht runterholen. Hm. Und wieder sportlich, wie wir alle auf den Haufen hocken. Banane. Banane. Ah. Oh lol. Wo ist die denn explodiert? Äh. Hier. Am Eingang eigentlich. Wir spawnen irgendwie. Was? Ganz am anderen Ende. Ihr seid ganz weit weg davon. Okay. Oh Gott. Ja, Rayla hat mal eben Spaß mit der Leiche von Mathis gehabt. Der hat die erstmal irgendwo hingeliefert. In der Nähe von Atta auch noch. Kommen, legen wir die mal zusammen. Warte mal. Oder legst du sie so schon zusammen. Als hätten wir sie hinten auf der Ecke legen können. Weißt du? Vorsichtig. Ich sorg wenigstens für ne gute Aussicht. Ja. Hier kommt die Nachricht. Da kann er koscheln. Au. Hier wird geschossen von... Sasch. Sasch. Wie geil. Der gute Sasch. Bam. Double. Da steh ich glaub ich schlecht für. Glaubere Arbeit Sascha. Jaja. Einer hat meine Bodyboom gefunden. Nein. Ach Mensch, Bleddy. Hallo Bleddy. Hallo Sascha. Oh nein. Wenn man zu lange guckt, wer in die Bodyboom gelaufen ist. Dann taucht da auf einmal ein Aesthetic hinter dem Scoreboard aus. Doof. Nice one Aesthetic. Ah. Auf jeden Fall greif ich mal heile ausgeschaltet an. Ja. BAM. Links. Rechts. Boom. Tote aus. Leicht in die Zange. Ach komm schon. Alter. Boah scheiße schon wieder Tee. Ja also. Ihr habt gehört. Bleddy ist Tee. Sofort töten. Ja komm. Ich hab ich. Keine Ahnung. BAUA. Ich hab's mir vorhin reingezogen. Ich hab's mir vorhin reingezogen. Ja es war aus Versehen. Ja es war aus Versehen. Ja es war aus Versehen. Ich hab noch eine andere Waffe noch haben. Was soll das denn hier. Soll ich Runden haben heute schon aufgenommen. Nicht einmal Tee gewonnen. Ich krieg echt Brüche. Hol doch. Au. Das Spiel mag dich nicht alter. Ich hab jetzt noch 26 Leben. Hört auf mich abzuschießen. Hört auf mich abzuschießen. Hört auf mich abzuschießen. Hört auf mich abzuschießen. Soll das. So. Jetzt ist nicht schön noch. Waaah. Der jetzt stirbt. Dete. Hä? Was ist los? Töte den Dete. Genau. Ich bin angeschossen. Ich töte jetzt den Dete. Oh das ist ne gute Idee. Womit kann man nicht töten? Ohne Brüche abgezogen zu machen. Oh der ist richtig. Jo. Obwohl. Storm ist leichter zu killen. Warte. Ja natürlich mich leichter zu töten weil ich die ganze Zeit abgeschossen werde. Storm brauchst du nur einen Ventilator machen. Das hat jemand verweht er. Warte. Au. Was hab ich verpasst? Niemand tötet mich. Ich glaub Lerdig wurde getötet. Okay. Tötet mich. Treffe Sascha nicht. Alter. Ich glaub Storm hat Lerdig getötet. Ja er hat Storm getötet. Aus gutem Grund. Ach komm. Hast du grad ihn angeschossen? Ich hab ihn gekillt. Warum? Weil der Storm gekillt hat und der war Innustern. Hast du doch gesehen. Äh nicht Storm. Den anderen. Und wer war's? Der Heiler oder so? Der andere Heiler. Ey Sascha ich treff dich aber nicht. Ich hab's nicht hier vorgesehen. Boom. Sascha. Ey. GZ. Wow. Storm schieß doch. Warte mal Storm? Ja herzlichen Glückwunsch. Nicht einfach überleben. Warum bist du wieder gehealt? Weil ich mich geheilt hab. Die ganze Zeit bin ich derjenige der hier in den kleinen Leuten umbringt. Die töten Menschen. Ich bin doch nicht GZ. Das klingt als wenn du ein Mörder wärst. Er töte zu Menschen. Ich hör's nicht. Alle mit Toten gehen auf meine Kappe. Weißt du? Es tut mir leid. Ich hatte Panik. Dorm ist Rendo Mina. Dorm ist zu töten. Der ist Tee. Ja natürlich. Sagt wer? Ich. Stevie lebst du noch? Ja ich lebe noch. Ja. Sascha hat es bestimmt wieder. Ich treff nicht. Nein. Es war knapp. Ich hab noch elf. Blenig hat gewonnen oder was? Guck mal. Hab ich ernsthaft nur EIN Kill gemacht Storm? Nein. What? Ja. Alter. Das war eine geile Runde. Und ich hab nur Atta gekillt. Alter. Ihr habt. Ich wurde die ganze Zeit angeschossen. Ich hatte irgendwann noch sechs bis zu euch leben. Da dachte ich ja scheiß drauf. Wir verfolgen mich jetzt schon alle. Blenig. Go. Feuer eröffnen und so. Feier. Ich wollte. Oh. So. Feier. Das war wieder eine Runde Trouble Interest Town. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und bis dahin. Schaut dann unsere anderen Videos. Die Links sind unten in der Beschreibung. Ciao. 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 Bleibiges Video ist auch Traitor. Tschüs.